hallo und arschloch du arschloch so der letzte bitte auch noch hallo sagen hallo okay dann jetzt fünfmal hallo ne firma hallo scheiße zur zweiten runde mit dem zweiten schwierigkeitsgrad von bots of doom league of legends ja wunderschön so wir spielen diesmal andere champs gleiche position und der lirondo ist ein bisschen multitasking fähig und spielt gleichzeitig noch mit seinem zweite account mit dem halliax nein der finn wollte unbedingt mal draven spielen und hat sich deswegen diesen account mal ausgeborgt was meines ist dein genau so läuft das bei uns richtige bruderliebe hier ja besten body ist der welt und übrigens nur noch mal zur informationen dass ja back to the rooms jinx und heimer dinge auf bot im normal kommt auch irgendwann mal wieder das hat sich nur ein bisschen verschoben durch das bots of doom finde besonders gar nicht connected doch du bist schon da vorne das wird echt interessant auch mit mit quinn in der kombination mal schauen nein du bist ein horst stecht ein horst der horst schlimmer wirst du dich jetzt gerade töten ja das bleibt gehört du machst gerade für das blatt machen wir einen back porch wenn wir sehen wir der sieht voll cool aus ich habe jetzt gar nicht aufgepasst wenn wir bekommen morgana stelle ich mir böse vor habe ich noch nicht gesehen aber morgana kann mit einem cage drei auf einmal schießen und pass auf die pfütze macht auch noch ein cage die die ganze zeit um rum fliegt max die morgana kann mit dem cage schießen und jetzt macht auch noch was was herum ich flam ja ich krieg dich gleich hier auch die musik finde ich sehr interessant hast du die musik hat was von und wie die karte zu spielen so ist düsteres ach scheiße ist er wieder das draven scheißviech aber so ein draven scheißviech äh ja wenn ich weiß nicht wegen wem das ist aber wegen irgendeiner passive ist dass wenn du in es kann auch sein dass es einfach deswegen von der zweiten stufe ist überfordert wenn du weg dass wenn du in die zweite in der zweiten stufe irgendwo ins gras gehst kann sein dass draven rauskommt mit seinem wirbelwind ja ja das sind ja schäfen und wirbelwind das ist wohl der dritte in den ach 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 gut nein nein doch ich bin da alter die ganzen alter ich hab grad gar nichts mehr ich bin nur da um in die armwesend zu sein und in die ein bisschen geld zu verdienen ja nein tot ja sorry so schnell konnte ich jetzt nicht reagieren du bist schuld max ging schnell ich hab nicht max ich hasse max sagt ohne scheiß jetzt auch nicht mal ja was sag ich wenn der dann bei mir ist nein du kriegst mich und wie er steckt sich mein kugelschreiber in den popo und wenn er in meinem bettchen schläft dann ist er ein richtiger marsch was denkst du von mir alles was falsch ist gar nicht so schlecht wenn ich die irgendwie festhalten kann schulder hat schon wieder den farm lassen oh überhaupt frisst max äh fertig ja aber dann könntest du richtig gut mit deiner hex dann mir geht's noch gar nach dem filz alter ja auch alter draven ich bin nicht in den verkackten busch gegangen mann der kommt nicht unbedingt raus wenn du im busch gehst ne ja ich dachte eigentlich schon naja eigentlich kommt er zufällig raus wenn du in der nähe bist ja aber erstmal ganz ehrlich ich meine natürlich die schwächke ist gerade schwerer aber die bots sind nicht besser ja ich find's auch generell sehr schade ähm wie die das jetzt umgesetzt haben ich hab eigentlich gehofft dass die einfach ne richtig böse ki bekommen aber die sind ja einfach du bist halt ja boah oh mein god tally alter was war das denn bei dem wie der einfach mal drüber ist ne oh nein du hast es nicht geschafft in einer zuhunde oder nein aber ein pixelstrich fehlt ne ich muss leider zurück ja ja und jetzt schreibt hier der shadow shuriken anscheinend sind seine freunde weg ja mein junger wo ist dieses shadow shuriken ich auch nicht mach 24 tower ich mach 24 tower am damage 24 oh mein gott nicht 24 25 besser ja ja deutlich paddy warum hat eigentlich der shuriken nicht seine hässlichen 30 spikes in eine richtung das kommt noch echt das wird noch ja das wird noch die war seine ulti geht oder was oh das war unsere mitte also das kommt auf jeden fall noch wir haben übrigens gerade kein mitländer mehr ne hast du früher gemerkt ok ähm was genau machen wir da jetzt schickes weiß nicht ich geh neun einsetzen mhm ok tschüss roman war schön mit dir tschüss 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 in zwei Sekunden eine ganze Welle Minions kaputt, ne? Nicht nur Minions. Ja, dann kick ich halt zweimal hoch. Ja, das ist ja vier. Ja, sorry. Ja, Mitte ist die Schlepp. Ja, vor allem das Schöne ist, dass es ja auch hier keinen Bot-Ausgleich gibt, ne? Nee, nee. Das wäre ja noch schöner. Naja. Das mache ich 51 schon. Vielleicht hast du dich so. Da verstehe ich auch irgendwie total die Leute von Riot überhaupt nicht, man. Ja, vor allem in den normalen Bot-Games bräuchtest du es eigentlich überhaupt nicht, ne? Ja, Garen! Deine Mutter! Ja! Darum geht's mir gar nicht. Aber Bots, die einfach nicht gut sind, sondern einfach nur alles können. Ja. Okay, Finish-Up-Ulti. Cheater-Bots halt. Noch nicht, weil ich stell dir vor. Hm. Ne, Karin. Hm. Vor allem, du kriegst gegen diese Super-Bots, kriegst du einfach keinen Form durch Minions, ne? Ja. Ja, schön wär's. Hier und da mal schon, also... Ich muss halt irgendwie nachleveln, wenn man mal halt so hörwissen soll. Ich hab keine Chance, bin hier mal... Ich glaub, die machen Träger. Nee, doch nicht. Also bei uns sind sie noch da. Naja, nee. Bei mir ist er nur grad verschwunden. Ohohohohohohohohoho. Also, SS. bats. Ja... Ich muss fliehen. Och, lauf! Lauf! Laufschlampe, 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 laufschlampe... Sóff mir schön! üm, alles gut, alles gut... War schön! Jetzt hab ich auch mal Items. Ach, fuck you! Ich find den Backford so geil! Sonst musst du mal die Sprüche anhören von dem. Der Malzaha ist Kacke, ne? Boah, das ist richtig scheiße, man. Du musst aber den Sound so leise halten, weil ich sonst Rolly nicht höre. Lass doch mal so laut. Also, zu leise. Also, stimm ich mal durch den verdammten Test lauter. Nee, ich minimiere das Spiel jetzt nicht. Keine Lust. Warte, ich schrei einfach nur noch rum, gleich. Okay. Deal. Ready, geh mal weg, du hast keine Mana mehr. Da hast du recht. Ready, geh back. 120... Ich glaube, jetzt machen sie Dragon. 1040 Gold brauch ich. In 1040 Gold gehst du weg, oder was? Hm. In 1040 Gold geh ich back. Du meinst 140? Ja, Arm Dragon gemacht. Yep. Ach, ich krieg keinen Minion. Kann man sich überhaupt irgendwie wehren? Ja, ich bin ja nicht gekommen. Vielleicht auch zu Suspect gehen. Was krieg ich? Ja, es ist schwer. Vor allem gegen zwei jetzt. Mein armer Roman. Ich... Ich komm mal kurz mit Mitte. Ja, ich brauch keine Hilfe hier. Bei mir läuft alles. Ach Roman. Wir sind nur Luchs und Chugas. Wir sind nur Luchs und Chugas. Gegen die brauch ich Hilfe. Nein! Und eat me, Bitches. Es wäre meine Kanone gar nicht anwesend. Und ich bin tot. Die Kanone mit der ich schon alles geohnt habe, Alter. Oh man, dann machen die damage. Oh man, dann machen die damage. Luchs, komm bitte. Ja, Ziggs auch. Hallo Mädels. Hallo Mädels. Schönen. Ja, ja, ja. Nein. Oh, okay. Sie fliegt nicht weiter so, falls sie in den Champion headet. Ja, das ist so groß. Aber du hättest ja auch fast die anderen Malen nicht. Fast. Jaaa. Wow. Ich weiß nicht, wie eine verkackte Idee war das jetzt hier gerade? Warte. War fertig? Nein. Ah, ist ja keiner mehr von euch da. Ja, ok. Warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das erste muss ich bitte Karin sieben. Schon wieder zu viele. Bleib Wasser. Waren doch nur zwei. Ja, trotzdem zu viele. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich spür das. Oh. Jetzt ist meine gekommen. Tod. Seine Zeit ist gekommen. Nein, und meine auch. Doch. Alter, gegen die Morgana hast du keine Chance. Ja, die Morgana ist echt fies. Von Morgana und Luxen. Und dann noch die Malzer, hau scheiße. Und zurück zur Mitte. Habe sonst nichts besseres zu tun heute. Wir müssen das wirklich schaffen. Die Bots pushen jetzt nur noch Mitte. Ja. 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 Ja.